Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, der 6.9.2019 um 6.13 Uhr. Wochenende steht vor der Tür. Heute direkt nach der Arbeit kommt Benni vorbei, holt mich ab und dann geht's ab in den Wald. Ja, ich freue mich drauf, auch wenn ich wenig motiviert bin heute auf die Arbeit, aber oder ja, was soll's. Da beißen wir uns heute auch noch durch und dann, ja, geht's heute Nachmittag, späten Nachmittag, frühen Abend dann zu Sparrow und Muschel. Was gibt's zu erzählen? Ich bin müde, aber das ist jeden Morgen so in meinen Vlogs. Selten, dass ich ausgeschlafen bin. Also die Wochenendvlogs vielleicht. Aber, ja. Ja, gestern habe ich das Spider-Man-Spiel auf der Playstation angefangen. Am 9., nee, am 7.9., also morgen, am Samstag, ist es genau ein Jahr alt. Im September 2018 ist es rausgekommen. Und ja, später spiele ich das jetzt auch. Und ich muss schon sagen, das macht echt Spaß. Es erinnert sehr stark an Batman, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight, was auch immer. Also die ganze Reihe. Dieses sich durch die Gegner geprügele. Also es geht stark in die Richtung, aber diesmal als Spider-Man. Und es gibt zig Kombos und die soll man sich merken. Das wird schon mal ein bisschen schwierig. Das endet dann bei mir meistens in einem wilden Button-Gesmasher. Aber dafür, dass ich nicht weiß, was ich tue, habe ich Spaß und bin ganz gut vorangekommen. Ja, wir haben gestern zweieinhalb Stunden gespielt. Und vom Feeling her ist es schon mal cool. Und jetzt muss man mal gucken, wie sehr das in die Tiefe geht. Also ich habe gesehen, es gibt so drei Skill-Bäume. Und scheinbar gibt es ganz viele verschiedene Anzüge. Und es gibt ganz viele Nebenmissionen und Sammeln. Das erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed. Man muss so Funktürme freischalten, die einem dann die Gebiete aufdecken. Und dann hat man ganz viele Rucksäcke verteilt über die Stadt, wo ich so denke, hä, wie viele Rucksäcke kann so ein Teenie-Jugendlicher wie auch immer haben? Das sind ja hunderte, gefühlt. Da sind dann immer so Sammelgegenstände drin und Erinnerungen an irgendwelche Geschehnisse oder Freunde, Charaktere, wie auch immer. Ja, drei Prozent haben wir schon von 100 Prozent Spiel. Von daher kicken wir mal. Kicken wir mal, wie lange wir brauchen. Sie haben gestern, der Max und ich glaube der Night Dragon, haben gestern schon angefangen rumzurechnen, wie lange ich etwa dafür denn brauche. Der Max hat sich sehr gefreut, dass ich wieder ein neues Spiel angefangen habe. Ich freue mich auch sehr darüber, dieses neue Spiel angefangen zu haben und es, wie gesagt, sieht echt gut aus. Und ich glaube, Entschuldigung, das wird eine Menge Spaß machen, denke ich mal. Mutiere ich hier noch zum Playstation-Streamer jetzt mit Red Dead Redemption und dann noch Spider-Man. Streams wird es übers Wochenende nicht geben. Wir sind, wie gesagt, im Wald, in der... Ne, sagen wir mal so weit weg von der Zivilisation. Ne, wir werden ein bisschen off-stream unterwegs sein. Geplant ist ein Escape Room und dann werden wir auch ein bisschen Man of Medan spielen. Dieses Horror-Spiel, so eine Horror-Spiel-Reihe. Sieht so ein bisschen aus wie Until Dawn. Und da gibt es so einen Couch-Modus für bis zu fünf Mitspieler. Und da bin ich echt gespannt. Bin ich echt gespannt, wie das wird. Vielleicht zocken wir das schon heute Abend. Mal gucken, je nachdem, wann wir dann da sind. Oder wir machen das dann morgen oder Sonntag. Mal kicken. Ein Time-Story-Szenario steht auch an. Und, ja, vielleicht ein Stück Kuchen essen. Mal schauen. So, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich muss heute laufen, denn ich muss noch was organisieren. Was wird nicht verraten. Aber es ist zumindest so groß, dass ich es nicht mit dem Fahrrad transportieren kann. Das heißt, ich laufe heute ins Office. Aber das ist auch okay. Ob ich jetzt fünf Minuten mit dem Rad oder 15 Minuten zu Fuß unterwegs bin, macht keinen so großen Unterschied. Finde ich jedenfalls. Gut, dann wünsche ich euch was. Habt einen schönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Und wir hören und sehen uns dann morgen beim nächsten täglichen Vlog. Aus dem Keller bei Muschel und Sparrow. Also, bis dann. Tschüss.